Das ist Maja Bolliger und ihre Freundin Moni. Sie möchten heute zusammen in die Yogastunde. Doch bevor Sie sich entspannen können, müssen Sie beide noch die Steuererklärung erledigen. Wie jedes Jahr bedeutet das ein Haufen Zahlen, Informationen und Belege zusammensuchen und in die Formulare übertragen. Das kann recht zeitaufwendig sein. Beide fragen sich, geht das nicht einfacher? Doch, das geht. Mit dem kostenlosen E-Steuerauszug der AKB. Sämtliche Kontostände, Kredite, aber auch Zinsausweisen, Verrechnungssteuerabzüge, Wertschriften und Spesen sind über die ganze AKB-Geschäftsbeziehung auf einem einzigen Auszug zusammengefasst. Die Moni lässt sich den E-Steuerauszug gerade per Post zuschicken. Jetzt kann sie alle Zahlen einfach in die Steuererklärung übertragen. Sie macht nur die nötigen Angaben wie ihr Lohn, die Berufsauslagen und Spenden und schickt dann die Steuererklärung zusammen mit dem E-Steuerauszug an die Steuerbehörden. Und wie macht das Maya? Sie spart noch mehr Zeit. Sie lässt sich den AKB-Steuerauszug sowie alle anderen Bankbelege digital in ihr AKB-E-Banking übermitteln. Sie ladet das feile Steuerdeklarationstool vom Kanton und macht dort Zusatzangaben wie ihr Lohn, Berufsauslagen und Spenden. Dann übermittelt sie die Steuererklärung samt allen Beilagen elektronisch an die Steuerbehörden. Fertig? So, jetzt macht sich Maya auf den Weg in die Yogastunde. Ob von Hand oder am Computer, nutzen auch Sie die Vorteile vom AKB-E-Steuerauszug und gönnen Sie sich mehr Zeit zum Entspannen. Erfahren Sie mehr unter akb.ch aargauerische Kantonalbank am richtigen Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017